Um sich zusätzlich zum Bürgergeld etwas dazu zu verdienen, nehmen Ela und Beate einen Minijob an. Doch das erweist sich als Bärendienst, in der beliebten Sozialdoku, Harz und Herzlich, auf RTL 2 erleben Zuschauer hautnah das Leben der Protagonisten, die in sozialen Brennpunkten hauptsächlich mit Bürgergeld auskommen müssen. Diesmal stehen die Busenfreundinnen Ela, 55, und Beate, 55, aus den Benz-Baracken in Mannheim im Fokus der Aufmerksamkeit. Denn Bürgergeld-Empfängerin Ela fühlt sich vom Jobcenter ungerecht behandelt und lässt ihrer Wut freien Lauf. Sie und Beate versuchen, mit einem Minijob in einer Reinigungsfirma ihr Einkommen aufzubessern. Doch die Ernüchterung ist groß. Von jeweils 520 Euro bleiben ihnen nur 184 Euro, weil der Rest an das Bürgergeld angerechnet wird. Bürgergeld? Lohnt sich die Arbeit noch? Ela ist sauer. Wir gehen ja dafür arbeiten. So wie jeder andere auch. Wenn du am Ende des Monats deine Lohnabrechnung bekommst und siehst, was du eigentlich verdient hast? Sie stellt die Frage, die vielen auf den Lippen brennt. Da braucht sich das Jobcenter nicht wundern. Wenn wir sagen, nein, wir gehen nicht arbeiten und bleiben daheim. Wofür soll ich denn arbeiten gehen, wenn ich es am Ende abgezogen kriege? Aber das Drama nimmt seinen Lauf. Ela fliegt fristlos raus, weil sie morgens nicht rechtzeitig zum Putzen erschienen ist. Eine Schulklasse stand schon vor der Tür und es war noch nicht geputzt. Ela hatte einen Aushang mit der Info übersehen und mit der Chefin Ärger bekommen. Sie hat gesagt, ich muss jetzt um 6 Uhr kommen. Dann habe ich gesagt, ich kann aber nicht um 6 Uhr, dann musst du dir jemand anderes suchen, gesteht die RTL 2 Protagonistin. Die Konsequenz folgte prompt. Ela wird per Telefon gekündigt.